Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Let's Play Transport Fever. Heute wollen wir den Zug nach Hilst bauen. Da fangen wir an Hilst an oder fangen wir hinten an? Ich glaube wir fangen doch mal hier an. Zack. Ich glaube da bauen wir erstmal die Straße hier, dass wir dann eine Orientierung haben. Das ist ja einigermaßen gerade, ne? Das Tal. Das ist jetzt dieser Berg, aber das möchte ja kein Problem. 41. Ich möchte aber hier... Das kostet weniger. Ich stehe ja gerne gerade raus. Oh, zack, zack. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht, oder? War auch nicht möglich. Ah, jetzt ist es möglich. Und wo ist der Anschluss? Muss der irgendwo hier sein? Ja. Zack. Moment mal. Moment mal. Warum ist der hier jetzt so... ...nach unten gebeugt? Ich bin schon gewundert worden, dass der teuer ist. Und da muss man hin. Zack. Und zack. Haben wir das verbunden? Für einen Zug reicht es nicht mehr. Aber für ein Depot... Das Depot können wir ja auch hier immer hinsetzen. Na, komm. Hier, zack. Wenn wir mich genau hier... Hier können wir mal ein Depot hinsetzen. Mal sehen, was das, äh, macht. Passt das hier hin überhaupt? Passt das hier hin überhaupt? Ja, das ist gut. Da bauen wir mich jemals noch eine Straße. Ich baue jetzt hier mal eine künstliche Straße hin. Dieses wunderschöne Haus kommt da weg. Können wir uns nämlich gleich bauen. Dieser Bauplatz, den wir jetzt auch schließen können. Hier sind sie auch weitergekommen mit der Straße. Hier auch schon. Gehen wir hier auch mal rüber. Hier machen wir hier mal eine Linie. Eine neue Linie. Die ist orange. Gehen wir von da nach da. Und die nennt sich... ETC. ETC, also... E... 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 Jetzt, ETC. Für Esmeraldea Transport Company. So. ETC. Dann die, äh, 30. Und der geht von, äh... Das haben wir nur mit ein Ohr geschrieben. Das macht man jetzt auch mal so weiter. Ne, nicht Schuhe, sondern... So, ja. So. Nach Hülst. Genau. Zack. Und gerade haben wir nicht so viel Geld. Haben wir hier unten noch was drinne? Ne. Aber ne. Ist gerade irgendein Zug nahe eines Bahnhofes. Der muss gerade, äh, Hardcore warten. Da bauen wir doch hier mal die, äh, Gleise aus. Auch nicht möglich. So. Gleich kein Geld mehr. this will fail Krümmung zu groß. Ne, lass mal das Ganze. Da lass mal das Ganze. Zack, zack, zack. Und mach's so. Guck mal, 3000 haben wir die noch irgendwann mal. Und es ist doch gleich wieder gekommen. Komm, gib uns die 3000. Bitte, bitte, bitte. Aber die Straßenfahrzeuge machen jetzt schon gut. Genau. Ach, 3000 sind das. 3000. Komm, komm. Nichts, das Minus, bitte nicht. Und dann geht's gleich wieder an das Minus. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Bitte, bitte, bitte. 28. Komm, ich brauch drei, vier. Nein! Jetzt. Puh. Die Signale kosten aber auch, ne? Was kosten die? Drei. Oh, nein. Uh. Ich glaub, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen warten. Der fährt full. Alles ist gut, wenn die jetzt schon so fahren. Ohne, dass ich die Signale gesetzt habe. Oh, wir haben gut Geld. Wir haben gut Geld, gut Geld, gut Geld, gut Geld, gut Geld, gut Geld. Wir müssen hier, äh, zack, äh, hier, na, ne, hier, Schiene. Hier, Signale, zack, Signale, zack, hier ist Signal, hier ist Signal, hier ist Signal, Langstrecken-Signale, äh, hier ist Langstrecken-Signale. Und wir haben gut Geld, jetzt können wir hier uns nach, kann ich open hier, genau. Da gehen wir uns hin. Kaufen wir uns so'n Zug. Oder manchmal. Tun wir mal anders gestalten. Machen wir mal hier orange. Was hier mir da ausschaut. Das sind die Waggons auch orange, ne? Ja, lassen wir mal so. Gucken wir mal. Kaufen wir den mal. Und setzen wir mal, wie viel können wir? Eins, zwei. Nein! Nein! Dieses Mau ist das gerade ein bisschen. Hört so ein bisschen nach Fiberspace laufen lassen, ja. Jetzt. Eins, zwei, drei. Fünfe erst mal. Aber da geht ja noch was. Lassen wir erst mal fünf Stück. Müssen wir uns aber überlegen. Fünf Stück, fünf mal sechs. Ja, da sind 30 Leute, die noch einpassen. So viel ist das gar nicht auf so einer großen Strecke. Ja. Jetzt kommen wir noch mal hier einen dazu. Das sind jetzt 36 und den tun wir jetzt mal hier zuweisen. Da fährt er jetzt mal raus. Gucken wir uns den nochmal an. Müssen wir uns hier mal ein bisschen beeilen, wenn der rauskommt. Mal das wegdrücken hier. Schaut schon stylisch aus, muss ich sagen. Ja. Ja. Macht schon aus, ja. Schaut schick aus. Ja. 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 Hat auf jeden Fall Stil. Ja, unsere erste Tunnelfahrt ist das hier. Warte mal, die Tunnel. Da kann man doch jetzt auch reingucken, oder? Nee. Mal gucken, wenn ich jetzt hier den Zug verfolge. Wenn ich mich jetzt hier reinsetze, ob der dann auch den Berg hoch geht mit der Kamera oder durch den Tunnel durchfährt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Gut. Großes Highlight. Oh. Uh. Wie schaut der denn aus? So, so Holz ist Strukturen, oder was das ist. Ja, schaut nicht schlecht gemacht aus. Fahren wir mal mit. Sind schon wieder 13 Minuten aufnehmen. Ja, 13,5 Minuten. Eigentlich viel zu lang. Machen wir mal 10 Minuten Parts. Aber, heute muss das mal. Ja, wenn wir so eine schicke Lok haben, so eine schicke, orangenen Lok. Macht das doch was. Aus. Meines Erachtens nach viel. Mit den einsamen Baum noch hier links. Diesen Riesenbaum schauen auch schick aus. Und da hinten ist... Sulbrock. Sul oder Suhr? Ich hab jetzt hier unten Suhr geschrieben. Ich glaub, das heißt Suhr. Ah, ne. Hier unten ist es aber unterwegs nach Sulbrock. Ist schon gut. Ne? Den Bahnhof haben wir bisher noch nicht umbenannt. Von daher macht das Sinn. Hinten baut sich das Bergmassiv auf. Hinten baut sich das Bergmassiv auf. Ich hab was zu trinken. Ich muss mal ganz noch was trinken. Hinten an der Tür. Bin mal kurz Out of Headset. Auch gleich viel leiser. Schön nochmal die Straße. Hier sieht man schon große Geschäftsgebäude oder Wohngebäude, was es sind. Muss ich mal kurz meine Stimme ein wenig ölen. Wird auch fleißig gebaut. Und ich stehe noch einige an. Ich geh mal wieder raus mit Escape. Ich hab neue Personenwagen. Bayerische Personenwagen. Und gucken wir was hier ansteht. Noch nix steht da an. Für unseren Zug steht noch nix an. Aber da kann man hier wenigstens schon... ...meh ganz kurz schauen. Na komm. Zack, 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 zack. Da machen wir hier ein großes Bild für euch. Kümmern wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich um den Fahrzeugersatz. Und dann später kommt auch noch hier Emmerzhausen hinzu. Gucken wir mal über das Bergmassive irgendwie kommen. Und dann gucken wir mal... ...von Alfhausen irgendwie... ...ne... ...also keinen Zug, sondern hier mal ein Schiff rüber zu bekommen. Weil das Schiffmenü haben wir ja auch. Na ja. Haben wir ja alles. Sieht da anders aus? Schaut ein bisschen anders aus. Gut. Mein lieben Freunde. Dann bis zur nächsten Folge. 17 Minuten neuer. Mega-Folge heute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich hoffe doch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.